So meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Manners Vault hier bei dem Landwirtschaftssimulator 2019. Wir sind heute im siebten Part, also sieben Tage nachdem das rauskamen. Wir wollen heute mal uns ein bisschen mal probieren auf die Tiere. Oh, der sieht auch geil aus, in grün, das sieht geil aus. Oder gelb, manzi gelb, eindeutig, allgemein gelb. Kaufen. Wir möchten uns heute mal probieren an den Lim Lim. Ein Pferdchen. So den kaufen wir uns noch. Ja, wir brauchen eine Zwischenbeschäftigung, solange das Gras wächst. Und da wollen wir anfangen mit den Pferden. So, kann ich es genau machen. Ah, da drin kommt Futter und da kommt Trinken. Okay. Okay. Ja doch, bin ich einverstanden. Oh, das Feld ist kaputt gegangen. Das ist interessant. So, da gehen wir jetzt bei uns die Tiere kaufen. Die Felder gehen kaputt. Okay. Unsere ersten Tiere. Die haben nur 25.000. Also, das ist... Ich muss die Gewinnver... Ich hoffe mal, die sind nicht zu teuer. Ich habe den Weiß nicht mal im Kopf. Spanngut anbringst. Achso. Für unsere Ladefläche. Oh, das war falsch. Bitte verurteilt mich nicht. So. Heute Abend streamen. Ich freue mich schon. Also, wahrscheinlich streamen. Ich gehe jedenfalls auf dem Multiplayer-Server. Und wenn alles klappt, dann ist das schon... Jede kleine Weiß. Was soll denn das mitbringen? Äh... So, ein bisschen realistisch natürlich machen. Wir holen uns zwei... Ach, die sind ja teuer. Die sind ja 10.000. Aber wir holen uns ein Schicker. Wir holen uns ein Unfall... Farbe. So. Bestätigen. Äh... Achso. Was sind sie? Oh, 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 ist das geil. Der hebt ja gar nicht. Wie der abgehoben ist. So, wir können hier die Abdeckung auch noch abmachen. Ähm... Ach, die Abdeckung. Ich glaube, wir möchten immer noch mal das vermachen, aber... Wir sind ja nicht im rechten Leben hier. Wir können... Ich weiß nicht... Warum kann man von hier aus nicht gleich losreiten mit einem Tier? Also, wir... Ach, erstmal zwei Pferde. Vielleicht noch nicht schlau, mit dem Fahrzeug abzuholen, aber... Dann fehlt uns nur noch das Essen und das Trinken. Das Essen, das ist ja das kleines Problem. Das haben wir ja. Das Essen haben wir ja. Gut. Nehmen wir die Abkürzung. Also, ich würde sagen, dafür ist der nicht gedacht. Das ist so ein bisschen... Genau. Sind sie beide 2100 wert? Ne, halt. Da sind sie. Jetzt gucken wir uns mal an. Hat das wirklich so viel Schaden gemacht am Feld? Ja, es nimmt einfach mal so ein Paufen Zeug weg hier. Oh, es ist geil. Falken reiten. Summer reiten. Erstmal gucken. Tiermenü. Das ist jetzt ein Fitnesswert. Das ist bestimmt sauerreich. Wasser und Stroh. Und ich brauche jetzt Stroh. Und dann brauche ich Hafer. Alles reinmischt. Der Wert eines Pferdes hängt von seiner Fitness, Gesundheit und Sauberkeit ab. Es sollte auch jeden Tag einen Ausritt bekommen, in seine Fitness zu steigern. Pferde brauchen Stroh als Einstreu, sowie Wasser und Futter. Das kommt bestimmt dann hier rein. Ach, da ist er. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal Wasser holen. Ähm. Hier war ja irgendwo Wasser gewesen. Ich glaube, also da drüben, ja, da sehe ich. Wo ich gesagt habe, da könnte man probieren, reinzufahren. Und dann brauche ich noch einen kleinen Gabelstapler. Oh, das ist teuer, die Tiere. Dass ich, ähm, Heu rein tun kann. Damit sie sich wohlfühlen. Jedenfalls kann man das drinnen und her transportieren. Das ist, äh, platzieren, wie man will. Das ist das Gute daran. Wir kriegen dann auch das erste Geld von. Ja, ich muss mal gucken. Viel wird es ja nicht sein. Hier fahren wir nochmal ran und gucken, ob wir hier Wasser holen können. Oder ob wir auch das Grundstück kaufen müssen, damit wir mal was holen können. Das wäre richtig mies. Also auf Langstrecken will ich nicht bei den Pferd fahren. Das ist ja, das ist ja ätzend. Aber so die kleinen Wege, das passt ja sowieso jetzt. Viel Geld haben wir nicht. Ihr seht ja auch immer, ist das Geld weg. Und das Gewicht ist mir aufgefallen. Das war vorhin bei einer Mission noch dabei. Wenn ich hier noch einen Wassertank rufen muss. So, hier ist ein Gabelstapler. 37. Kann man noch uns einen Kredit leisten? Oder sagen sie, nee, ihr seid nicht kreditswürdig. Wir könnten anscheinend noch. Müssen wir auch noch 250 irgendwo mal zurückzahlen. Das ist natürlich nicht gerade wenig, 250. Und wir versuchen mal da drüben ranzuformen, weil es ist ja ein Feldweg. Jetzt müssen wir uns so einen Wassertank kaufen. Was ist das bloß wegen einem Boot? Dann hoffe ich, dass wir noch einen Haufen Mitglied aufnehmen dürfen. Ja, nice. Sehr gut. Blinkt immer noch. Das ist bloß die Frage, wie teuer ist das jetzt? Ja, mein kleiner Fiat. Ich hab's gewusst. Es kostet nichts. Nice. Das ist doch mal geil. So. Würde mal sagen, das war's mal gleich schon wieder mit dem Board. Leute, Leute, Leute. Das geht ja vorbei. Aber wir füllen jetzt das Wasser auf. Im nächsten Board kommt das Futter. Und... Danach reiten wir aus. Also die brauchen noch Heu, ja. Genau, hier kommt das Wasser hier hin. Den können wir auch gleich abkuppeln. Hier kommt das Heuschen. Müssen wir mal gucken, ob es mit dem Gabelstapler klappt. Und wenn nicht, hab ich ein kleines Problem. Also ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach unten. Schreibt mir in den Kommentaren. Wenn ihr davon sehen wollt, dann auch nicht. Und dann müssen wir das nächste Mal, sagt der Mänse. Ciao, ciao.